Wenn in stürmischen Zeiten Kaujagd die blaue Sturmwelle eintritt, dann dürft ihr euch auf einiges gefasst machen. Und die blaue Sturmwelle dauert zudem bis zum 30.11. an, 13 Tage, die einmal mehr der Erneuerung, der Selbsterneuerung, der Veränderung, der Neustrukturierung, der Reinigung, dem Grenzensetzen gewidmet ist. Man weiß nie, was daraus wird, wenn die Dinge verändert werden. Aber weiß man denn, was daraus wird, wenn sie sich nicht verändern? Und mit dieser Frage bist du eingeladen, dich in deinen gesunden Grenzen zu spüren, dich an deine Möglichkeiten der Neustrukturierung, in dein Ausrichten, in dein Neuausrichten zu gehen. Wir sind in einer Zeit des Wandels. Die Maya-Ältesten sagen, jetzt kommt alles ans Licht, was bisher im Verborgenen war. Und Kajak kann zentrale Probleme nach oben bringen und die verborgensten Ecken reinigen. Und vielleicht ladet dich das ein, auch in Zuversicht und Vertrauen zu gehen, dass die Dinge nach oben kommen werden. Auch natürlich, was dich anbelangt. Deine Muster, alte Muster, Schattenanteile, Blockaden, Ahnenthemen, all das kann sich jetzt zeigen. Und entlang meiner Prämisse, das, was sein darf, kann sich verändern. Sondern möchte ich dich einladen, auch dich in deiner Veränderungsfähigkeit anzuerkennen, daran glauben zu können, dass Dinge sich transformieren. Auch für dich in deinem Leben. Das Leben kann uns stürmisch erscheinen. Einmal mehr in dieser Kajak-Zeit, in dieser Kajak-Welle. Es können intensive Gefühle nach oben kommen und Ängste, die wie nicht greifbar wirken, die unbestimmt erscheinen. Vielleicht magst du die Bitte von Ashing Kamrani aufgreifen, für dich selbst, dir erlauben auszusprechen. Hilf mir, Hass und Angst loszulassen. Lehre mich, darauf zu vertrauen, dass alles gut gehen wird. Selbst wenn mir schleierhaft ist, wie das geschehen soll. Und wo immer du vielleicht auch spürst, dass es dir wie unmöglich erscheint, dass die Dinge sich ändern können, Darfst du einmal mehr darauf vertrauen, dass das, was nicht mehr stimmt, sich verändern wird und darf? Und Kajak, die blaue Sturmwelle, genau das unterstützen wird. Ja, manchmal funktionieren alte Muster nicht mehr und das Neue ist noch nicht ganz integriert und es ist wirklich eine Zeit der Krise. Und wir sind in einem Prozess der Transformation und Wandlung und unsere Bereitschaft, deine individuelle Bereitschaft wird einen Unterschied machen. Und dein, dich auf deine Themen besinnen und dich deinen Themen annehmen, ist bereits ein wertvoller Beitrag. Und deine Bereitschaft des Loslassens macht den Unterschied, kann neue Einsichten und Unterstützung anziehen. Ja, wir sind gefordert, starre Glaubenssysteme, überholte Überzeugungen und Werturteile loszulassen, uns einem Wandeln hinzugeben, ohne zu blockieren und ohne zu bewerten. Eine Herausforderung, ganz bestimmt. Und doch, schafft das Annehmen der Widerstände Raum für eine größere Weisheit. Maria Magdalena sagt, Annehmen ist die Voraussetzung für Erlösung. Beschneiden wir uns nicht unserer Möglichkeiten, indem wir am Alten festhalten. Nach Afshinkam Rani, wenn ich mich in meiner Negativität und angsterzeugenden, dunklen Gedankenwelt verschricke, neige ich dazu, diese Gedanken ernst zu nehmen. Dadurch entferne ich mich von meinem Zustand der Ruhe, Gelassenheit und der Stille. Es ist so, als senke sich eine dunkle Wolke auf mich herab, die mich einhüllt und mich von meiner inneren Stimme abschneidet. In dieser Dunkelheit vergesse ich dann, dass die einzige Möglichkeit aus der Tiefe darin besteht, mit meiner inneren Weisheit in Kontakt zu kommen. Sei eingeladen, einmal mehr mit deiner inneren Stimme in Kontakt zu kommen, zu hören, was noch nicht gehört werden konnte und wollte. Es darf transformiert und geheilt werden. Es ist Zeit, sich mit alten Verletzungen auszusöhnen, Schmerz anzunehmen und in die Heilung gehen zu können. Wie oft halten wir ein Altem fest. Dabei darf es hinfortgefegt werden, was immer uns im Weg steht. Erlauben wir Kaujagsturm, uns zu reinigen und zu läutern. Akzeptieren wir unsere menschlichen Prozesse und setzen dadurch die Kraft und das Potenzial frei, die in unseren Ängsten und Emotionen eingeschlossen waren und sind. Wenden wir uns an unser höheres Selbst, damit es uns durch diese intensiven Gefühle hindurchleiten kann. So können wir weiter wachsen und vertrauen in der Anbindung an unsere innere Führung. Akzeptanz ist die Bejahung, die Freiheit schenkt. Und je mehr wir uns auf Veränderung einlassen können, egal wie es kommt, auch wenn es nicht in unser Konzept passt, Je mehr wir Veränderungen annehmen können, desto mehr können wir uns mit Kraft und Vertrauen in unserer Welt bewegen, uns für Neues, neue Sichtweisen, neues Bewusstsein, neue Wege öffnen, uns ausdehnen und neuen Möglichkeiten öffnen. Sei eingeladen, der inneren Führung zu vertrauen, das eine oder andere Risiko auch einzugehen, frei vom Kroll auch Dinge loszulassen, um uns einmal mehr dem Licht zu öffnen. Das Leben ist voller Herausforderungen. Sei eingeladen für den Mut, sie anzunehmen. Gib dich dem Transformationsprozess hin, öffne dich für Erneuerung und Veränderung. Denn sie findet statt und kostet Energie, wenn du dich nicht ihr hingibst. Und hingeben ist kein Aufgeben. Lass dich wirklich von deinem Licht, deinem wahren Selbst leiten. Lass dieses Selbst, dieses strahlende Du aus dir hervorscheinen. Die Portal-Tage der aktuellen Kaujak-Welle sind am 24. und 27. November. Gleichsam darfst du davon ausgehen, dass jeder einzelne Tag in seiner Qualität etwas in sich birgt, um Transformation einmal mehr zu unterstützen. Und so kann es von Tag zu Tag intensiver wirken, mit manchmal Pausen inzwischen, um zu verdauen, was gerade verdaut werden möchte. In jedem Fall ist Kaujak eine Zeit für Transformation, das dein wahres Wesen zum Vorschein bringen möchte. Gib auf, was du zu sein scheinst, um ganz zu dem zu werden, was du bist. Öffne dich für die Reinigung im Innen und Außen. Erkenne in Zusammenbrüchen die Möglichkeit für Durchbrüche. Und lass alles los, was dich abhält vom Licht, insbesondere deinen Groll. Und ja, sei eingeladen, einmal mehr gesunde Grenzen zu setzen, dich in deinen Grenzen zu spüren. Und gönn dir Ruhe. Denn Erneuerungsprozesse erfordern auch, dass du dich zurückziehst, um dich mit deinem ganzen System auszurichten, neu auszurichten. Der Geist ist schnell, der Körper ist langsam und gib deinem Körper die Zeit, die er braucht. Ein Schüler fragte seinen Meister, wie lange muss ich auf eine Veränderung warten? Wenn du wartest, dann sehr lange, antwortete der Meister. Und ja, es ist ein Spiel, ein Spagat zwischen Geduld und Zuversicht. Und doch kannst du deine Zuversicht nähern, indem du ganz aufrichtig mit dir selbst bist und nachspürst, was sich dir offenbar der folgende Fragen. Wo in meinem Leben ist Zeit, etwas zu verändern? Wo möchte sich etwas verändert und transformiert werden? Nehme ich mir Zeit für Regeneration und Erneuerung? Wage ich es, Risiken einzugehen? Gebe ich gut Acht auf mich, gönne mir Ruhe und meinem Körper die Zeit zur Integration? Wo verurteile ich mich nach wie vor? Kann ich Unterstützung annehmen? Bin ich bereit, starre Glaubenssysteme und Werturteile loszulassen? Wo übertreibe ich in meinem Denken, in meinem Tun? Wo mache ich mir möglicherweise übertriebene Sorgen? Fällt es mir schwer oder leicht, Grenzen zu setzen? Bin ich bereit, Zusammenbrüche in Durchbrüche zu wandeln, sie als Durchbrüche zu erkennen? Halte ich am Alten fest oder lasse ich Veränderung geschehen? Was tut mir gut und wie fühle ich meine Kraftreserven? Ich wünsche dir, dass du Antworten findest, die dich leiten und führen in dieser so stürmischen Wandelzeit. Lausche Marc Aurel, der gesagt hat, in dir ist eine Quelle des Guten, die niemals aufhört zu sprudeln. Solange du nicht aufhörst, nachzugraben. Manchmal müssen wir tief gehen, tief in uns hinein, um uns einmal mehr zu verwurzeln, sodass der um uns fegende Sturm uns zwar durchrütteln, wachrütteln, aufwecken kann und doch nichts daran ändern kann, dass wir uns als uns selbst erkennen. Und nicht nur den Bäumen tut es gut, seine Blätter loszuwerden, um anschließend mit neuer Kraft Neues, neue Triebe hervorzubringen. Und wie der Baum im Sturm unterstützen uns diese starken Wurzeln, eine gute Erdung und Verbindung zur Mutter Erde. Und diese gilt es zu nähern, einmal mehr in dieser Zeit des blauen Sturms. Deswegen nimm dir Ruhe, nimm dir Zeit zur Integration, zur Selbsterneuerung. Es sind auch für deinen Körper keine einfachen Zeiten. Zeit zum Auftanken ist essentiell. Natürlich bietet sich die Natur an. Auch eine Badewanne, eine warme Wanne. Eingebettet, dich geborgen fühlen, mit dir, vielleicht auch mit jemand anderem. Dich im Arm halten lassen. Einfach sein, im Nichtstun. Tu dir und deinem Körper Gutes, so viel wie möglich. Sei mit Achtsamkeit und Liebe bei dir selbst, sodass diese reinigende, transformierende Zeit dich gleichsam einmal mehr in deine Einzigartigkeit zurückerinnert und aktiviert. Und wenn du genau diese Einzigartigkeit einmal mehr erinnert oder aktiviert haben möchtest, sei eingeladen, in Kontakt zu kommen und dir dein persönliches Sternengülfen-Audio von mir erstellen zu lassen. Es braucht die Erinnerung. Es braucht dieses Echo. Dafür zu wissen, dass du ein Geschenk bist, ein Geschenk für die Welt. Und aus diesem Grund bist du in diese Zeit hineingeboren, in eine Zeit des großen Wandels, nicht nur jetzt, zu Kaujaks-Zeiten. Und vielleicht ist es doch gerade jetzt einmal mehr für dich wertvoll und wichtig, dich erinnern zu lassen und dein Sternengülfen-Audio zu erhalten. Klick dich dafür einfach auf meine Seite Abundance.at slash Maya-Zeit-Inspiration Aktiviere deinen Spirit, deine Einzigartigkeit, in jeder Zelle deines Körpers. In dem Sinne bedanke ich mich auch bei Shakti Nikth, die ihre Seite dafür sorgt, dass diese Aktivierung stattfinden kann und diese Zeitinformationen ausschickt. Und ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, dich einmal mehr an deine Einzigartigkeit zu erinnern. In Liebe, Theresia zu erinnern. und ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, deine Einzigartigkeit, dass du dir die Zeitpunkt